Hey, meine Rabauken! In der heutigen Episode werden wir weitere verrückte Gegenstände in Minecraft testen, die ihr so noch nie gesehen habt. Es wird komplett OP, komplett lustig und auch komplett prankmäßig. Mit dabei ist Orson Malinski. Moinski! Hallo! Was wir damit machen, das werdet ihr am Ende des Videos sehen, denn damit werden wir einen Boss beschwören. Aber bevor wir den battlen, müssen wir uns natürlich erstmal ausrüsten. So, wir beginnen also mit einer ganz, ganz basic Sache, Elina, und zwar benötigen wir da erstmal die drei ganz, ganz grundsätzlichen automatische Spuren. Dinge, die man so braucht im Minecraft-Leben, nämlich eine Kiste, eine Werkbank und ein Irfen. Okay. Hier ist ein verlassenes Portal. Das bringt uns absolut nichts, aber sollten wir uns mal merken, weil Gold, also Gold brauchen wir als Safe. Das ist eigentlich Fluch der Bindung. Elina, ich hab einen Helm für dich, so erzähl du dir mal. Ein Helm-Aroni, ich hab Steuern im Gegenzug. Hier, dein Helm. Vielen Dank. Hier, oh nein, es war Fluch der Bindung. Ich hab's erst gelesen, als ich es so vielfach gemacht habe. Ich hab's vor allem noch gesagt, aber es ist nicht zugehört. Beim Stein-Abbau-Modus. So, wenn wir diese drei Blöcke Kombinationes, Ofen, Kiste, Werkbank, entsteht ein verrückter Ofen. Voll komisch aus. Kennst du das? Das ist so ein richtiges TikTok-Ding, ne? Ja. Auf TikTok gibt's auch immer so optische Täuschungen. So, und zwar können wir den jetzt hier auch platzieren. Hören wir mal hier so, ne? Der ist dann wirklich eine komplette optische Täuschung. Aber der funktioniert auch tatsächlich. Aber nicht so, wie man denken könnte. Dann passt mal auf. Da brauchen wir erst mal, wir benötigen mal ein Mobbo. So, wir nehmen unser Feuerzeug, was wir gefunden haben, und schnappen uns gebratenes Fleisch. Dankeschön. Ist da was rausgekommen? Ja, gebratenes Fleisch. Eigentlich auch komplett hol. Wieso hab ich überhaupt eine Kiste geschafft? Die ist doch eine. Aber egal. So, jetzt können wir mit diesem Ofen natürlich braten, ne? Aber den kannst du gar nicht so leicht öffnen. Ja, das hast du schon gesehen. Aber warte mal. Oh, okay. Mach nochmal Rechtsklick. So, wenn du den nämlich rechts klickst, öffnet sich noch eine optische Werkbank und eine optische Kiste. Und du bekommst einen Schlüssel in die Hand. Der Schlüssel kann Werkbank, Ofen oder Truhe sein. Jetzt hab ich zum Beispiel eine Truhe. Und das ist so Steinschere-Paper-mäßig, weißt du? Jetzt hab ich zum Beispiel einen Ofen. Ofen verliert gegen Kiste. Ofen gewinnt gegen Werkbank. Und jetzt ist er an. Jetzt ist er nämlich erst an. Du musst das Spiel gewinnen. Jetzt kannst du gebratenes Fleisch, Fisch und alles kannst du dahin machen. Und er macht es ungebraten. Wow. Also, ob man das jetzt braucht, ist die andere Frage, sag ich mal. Aber er ist zumindest unser erstes Item der heutigen Folge. Wie kann Ofen gegen eine Truhe verliert? Der ist aus Stein. Jetzt brauchen wir Gold und Leder. Das Leder haben... Ich dachte, du brauchst die nicht mit deiner Steinschreise. So, wir brauchen Eisen. Eisen dürfte ja nicht so schwer zu finden sein. Elina, da bedient man sich dem klassischen Never-Dick-Straight-Down. Ah, ich wollte lieber eine Treppe bauen. Nee, Elina. Das haben wir nie gemacht. Ja. Tradition muss bewahrt werden. Hallo? Na gut, let's go. Ich bin auf Bedrock, Elina. Ich hab nichts. Nichts. Hier. Ey. Du bist auch auf Bedrock. Ich seh' den Namen. Ja, ich seh' dich auch. Scheiße. Eisenlol. Auf Bedrock-Level. Lol. Siehste, kennst du dieses Bild, wo einer so... Beide nach Diamanten graben und der eine hört so ein Zentimeter davor auf und da sind so Riesenklunker. Ja, ja, ja. So, das war ich. Aber ich hab durchge... Gold! Redstone! Benötigen wir Rament. Das auch. Das heißt, das direkt mal... Loppels! Das direkt mal... Ich hab zum Glück hier genug Holz mitgebracht. Aus meinem Picknick-Koffer. Und dann können wir hier einen Ofen platzieren. Und dann tun wir mal Eisen rein. Und dann können wir nämlich direkt Redstone und Gold mitnehmen. Das brauchen wir nämlich für später. Redstone. Gold. Gold. Weitere ist kein Gold. So, das war's. Wir können... Für was haben wir das nochmal gemacht? Ah, für eine Spitzhack. Ja, die haben wir jetzt. Elina. Du warst so nett. Ey, den brauchen wir. Ach nee, den brauchen wir nicht. Hab gelogen, um zu blöffen. Blöpfeimer. Nee, aber ich dachte nicht wirklich, dass wir das brauchen. Goldblock. Bums. Zack. So, jetzt haben wir genug. Zack, zack. So, jetzt brauchen wir ein Leder und ein Gold. Bande. Leder haben wir doch. Ja, ja, hab ich beides. Zack. Zack. Wir können sogar für... Cowboy-Hut. Wir können für dich auch einen machen. Da. Oh, jetzt hab ich zwei. Da. Na, es ist kein... Also, ja, es ist ein Cowboy-Hut, aber es ist auch... Ach, du kannst ihn jetzt gar nicht aufmachen. Ach, ich kann ihn gar nicht aufmachen. Ja, du musst sterben, Elina. Hammerbett. Nee. Okay, Lina, dreh dich mal um. Ja. So. Also, und zwar kann dieser Spy-Hut folgendes... Wir setzen ihn erstmal auf. Dann sehen wir natürlich aus wie ein cooler Cowboy, ne? Aber wir könnten beispielsweise auch hier hingehen, ne? Und diese machen. Wartet. Ach so, Hill. Warte. Was machst du? Ja, warte, warte, warte. So. Okay, Lina, kannst du dich umdrehen. Hab mich versteckt. Okay. Gibt's eine Möglichkeit, dich zu... Ah. Das bin ich nicht, Elina. Das bin ich nicht. Ja, man kann sich halt verstecken. Das ist schon geil, ne? Als Hut, okay. Das ist cool, ja. Ein Spionhut, Leute. Für das optimale Heiden-Seeker-Erlebnis. Jetzt bauen wir das Eisen ab, denn wir benötigen ein Eisen... Ne, wir brauchen mehrere Eisenblöcke. Wir brauchen nämlich einen Amboss. Das ist tatsächlich eine Sache, die ihr schon kennt, glaube ich. Also, naja, wir haben das schon mal gemacht. Wir müssen natürlich jetzt heftige OG-Stammzuschauer sagen, das jetzt noch zu kennen. Das brauchen wir nämlich, um unsere Diamanten zu multiplizieren, die wir wiederum brauchen für die nächsten Herausforderungen. Das heißt, wir zogen jetzt erstmal ein bisschen Eisen zusammen. Sollte ja zur Zeit relativ schnell gehen. Ich habe 10. 10 schon? Ja. 31 braucht man, ne? 9, 18, 27, 31. Ich habe ja nur ein Kohle für jeden. Ich habe nur ein Kohle für jeden, sagst du? Ich habe auch nur ein Kohle für jeden. Ja, Elina, es geht ja aber auch nicht immer um dich, ne? Nee. Du hast recht. Aber da ein Kohle eh für acht Dinger reicht, geht das hier perfekt. Mit dem berühmten... Oktoberator! Oktoberator. So, wir haben jetzt genug Eisen für unseren Ampen und jetzt brauchen wir nur noch einen Diamanten, beziehungsweise möglichst mehrere Diamanten, aber einer wäre erstmal wichtig, um diese Funktion hier nutzen zu können. Wie war das so, ne? Ich war's jedes Mal verkehrt. So. Diaz! Diaz. Auch sogar perfekt. Ja, warte mal. Ok, warte, da müssen wir jetzt hier... Ok, also wenn wir jetzt ein Amboss von oben rauffallen lassen... Ach, dann wird der Amboss verbraucht. Oh mein Gott! Das kennen wir doch aber schon, oder? Kennen wir das noch nicht? Ja. Doch, ich glaube, das kennen wir schon. Die restlichen können wir abbauen, weil ich dachte, man kann den Amboss immer wieder verwasten, aber dann kann die nur einmal verbrauchen. So, wir können jetzt diese Kugel anstupsen und dann fährt die nach vorn, ok? Je weiter nach vorn die fährt, desto mehr Diamanten droppt der, wenn er aufprallt. Ah, wie so ein Schneeball oder so? Ja, ja, der immer größer wird. Also er wird nicht wirklich immer größer, aber der droppt immer mehr... Oh, Diamanten! Das wäre jetzt funny. So, wir müssen 50 Blöcke ein bisschen abmessen. Muss jetzt nicht genau hinhauen, aber so ungefähr. So, wir haben mehr als 50 Blöcke. Jetzt gebe ich der Kugel mal einen Punch, wenn ich mich richtig entsünne. Dass ich hier den da drunter abgebaut habe. Das könnte noch ein Problem werden, aber es wird schon klappen, hoffentlich. Nicht, dass die jetzt runterfällt, weißt du? Das wäre blöd. Das wäre richtig blöd. Ich hoffe es nicht. Das war nicht geplant. Ach so, okay, was hier untergefahren ist. Die rollt jetzt und rollt und rollt und rollt und rollt und rollt. Okay, sorry. Da bin die jetzt aufprallt, da hinten, nach 50 Blöcke. Dann sollten wir... Was ist denn jetzt, wie viele Diamanten kriegen wir da raus? Ich sage ein Stack. Ähm, vier Stacks. Nee, das ist locker so auf realistisch. Doch, das muss doch cool aussehen. Nee, das ist locker so auf realistisch gemacht. Das muss doch cool aussehen. Man kriegt nur so acht oder so auf sie. Das ist doch nicht realistisch. Der Diamant ist rund. Oh, das hat sich doch mega gelohnt. Wie viele? Drei Stacks. Oh mein Gott, ich wollte drei sagen. Du warst... Das sagst du jedes Mal, wenn wir sowas machen. Weiß ich nicht, ob das alles auch so stimmt. Wir brauchen gelben Farbstoff. Boom. Wir brauchen einen schwarzen Farbstoff. Tittenfisch. War ja nicht irgendwo... Hier ist ein bisschen water, aber hier ist kein Tittenfisch mehr. Okay, wir brauchen aber... Doch, hier sind Tittenfische. Nice, wichtig. So, dann brauchen wir einen Eisenblock. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Eisen. Ich wollte gerade so diesen Ofen rennen. Ja, habe ich, aber halt nicht so viel. Nee, ich brauche gar kein Eisen, sehe ich gerade, ich habe hier genug. Ach so. So, und dann brauchen wir noch eine Armbrust. Haken, Hammer. Elina bringt den schwarzen Farbstoff und die Fäden. Und dann haben wir alles für unsere Armbrust. Wir haben auch den Farbstoff. Und dann können wir unsere Waffe tatsächlich machen. Weil ich kann in der Zwischenzeit aber schon mal produktiv sein. Einen Eimer machen. Wir brauchen nämlich hier so eine kleine Lavakonstruktion. Da nehmen wir einfach an der Seed, weil davon habe ich am meisten. So, 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 so. Zack, 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 zack. Jetzt mache ich da überall Lava hin. Aber die darf halt nicht fließen. Wie macht man das? Kann ich da eine Stufe jetzt hin machen? Einfach in einen Block oder was? Ich denke, das ist mit einer Stufe. So, okay. Und jetzt buxieren wir mal die Lava von hier drüben. Ich hoffe, das ist genug. Sieht aber tatsächlich leider nicht so aus. Darüber vier Stück brauchen wir. Stiggeronis fehlen mir. Stickser. So, zack. Armbrusthammer. So, jetzt müssen wir zusammenlegen. Eine Armbrust, einen gelben Farbstoff, einen schwarzen Farbstoff und ein Eisenblock. Verdammt, Elina, hast du zwei Eisen? Ja, aber die müsste ich braten hier. Okay, gut. Ich habe ein Eisen, warte. Ich habe mein ganzes Eisen für meinen Eimer gebraucht. Und dann wird daraus der Emoji-Blaster. Oh, alter Schwede. Der hat vier Attacken, wie ihr rechts seht. Der hat ja auch vier Emojis. Die kann man so switchen. Wir beginnen mal mit cool. Ich schieße dich mal mit cool ab. Ich habe Resistenz 3 und eine Brille auf dem Kopf. Ja, ja, schiehst du mich mal mit cool ab. Okay. Mit F kannst du switchen, falls du nicht ausgerüstet bist. Nee, das war der Liebes-Emoji. Oh, ich hatte gerade eben den cool drauf. Cool. Ey, bei mir passt es perfekt. Das geht auch tatsächlich mit Mobs. Lass mal einen Mobs suchen. Villager, lass einen Villager nehmen. Das ist so nice. Oder einen Eisengolam, auch cool. Villager, komm her, mein Guder. Oh. Oh, ich habe den falschen Emoji ausgewählt. Oh, ist mir leid, Kollege. Mann, ich würde nicht mit dir trade. Ich würde dir eine Brille geben. Ey, Junge, ey. Jetzt, mein Gott. Hat er die Brille? Ja, der hat eine Brille. So auf cool, weißt du, so oben. So, dann haben wir den Kotzi-Emoji, der vergiftet. Das denke ich klar. Dann haben wir den Heul-Emoji, der... Der gibt mir Schaden. Der hat mir 3 Damage gemacht. Nein. Und ich kann dich aber auch heilen. Woo. Kann ich das richtig spam? Ne, schau. So, das sind die 4 Emojis im Emoji-Blaster. Jetzt brauchen wir nur noch unsere letzten Werkzeuge, um den Boss zu beschwören. Leute, dann gehen wir mal hier nach hinten. Und zwar müssen wir hier rein, in diese Konstruktion... Oh Gott, ich habe das nicht. Ein... Warte mal, wir brauchen ein Eisen. Ein Kohle. Gold, Dia. Eisen. Kohle. Damit kann man dann nämlich diese Plasma-Ingots herstellen. Und diese Plasma-Ingots kannst du benutzen, um Diamant-Tools, die wir jetzt ohne Ende haben. Ich mache zum Beispiel mal ein Schwert. Dann kannst du zum Beispiel das Schwert hier hin droppen, das Dia-Schwert. Und das wie mit Netherite upgraden, aber mit Plasma. Und dann hast du ein Plasma-Schwert. Das kannst du aber auch mit noch mehr Sachen machen. Du kannst jetzt beispielsweise auch ein... Eine Spitzhacke geht, denke ich. Eine Hacke geht, denke ich, auch. So. Können wir auch nochmal upgraden. Spitzhacke, Plasma. Zack. Ich habe sie. Dann Hacke, Plasma. Zack. Lass mal eine Axt probieren. Bei einer Axt bin ich mir gar nicht... Doch, Axt geht safe auch, denke ich. Axt. Es geht auch noch ein Bogen, aber wir müssen leider keine Fäden. Oh mein Gott. Das ist krass, ne? Plasma-Axt. Das Schwert, das kann ich jetzt nicht so richtig testen, aber das hat Schwungkraft 1000 quasi. Also ich kann damit sozusagen... Also hier kann ich es ein bisschen probieren. Wartet. Ne, ich habe alle gehittet und alle One-Shot gemacht. Also es ist ein sehr, sehr starkes Schwert. Mit der Axt haben wir ein Biome-Abbauer sozusagen. Wenn ich jetzt hier mache, baut es den ganzen Baum ab. Aber wenn ich so mache, baut es trotzdem den ganzen Baum ab. Ach, es baut alle Connected-Holzblöcke ab. Jetzt verstehe ich es. Das heißt, jetzt bei einem Dschungelbaum wird es auch den Dschungelbaum komplett abbauen. Ah ja. Jetzt habe ich es verstanden. Dann haben wir eine Hacke. Was kann die Hacke? Ah. Wow. Das ist okay. So. Dann... Ah ja, dann hast du noch was, ne? Was hast du? Ja, komm mit, komm mit. Ich habe es richtig. Zeigen Sie mal, die Spätz-Holge. Und zwar, wir bauen uns hier ganz unscheinbar hier runter. So, und dann bauen wir einfach alles hier ab. Oder zack. Das bauen mega weit ab. Warte mal, wie soll ich denn da runterkommen? Ich bin tot. Ah, jo. Das ist wie so eine Animation. Ah ja. Heh. Natürlich. Dias? Nö. Oh nein. Ja, da bist du die Todesfalle, den du nach unten abbaust. Gefährlich. Ja, aber der baut schräg auch ab. Der kann auch schräg. Wir machen noch ein weiteres Schwert für Elina, denn jetzt beschwören wir den Boss. Passt auf, Leute. Äh, zack. Zack. Bitte. Du bist halt voll geglubbert. Jetzt brauchen wir vier Redstone-Fackeln. Kein Problem. Zack, zack. So. Und let's go. Ab zum Boss. Das Dorf ist da. Das heißt, Portal müsste irgendwo hier um die Ecke sein. Vier Redstone-Fackeln hier platzieren. Und die Animation sollte... Ups, beginn. Ah ja. Oh, es geht los. Da wird er beschwert. Der wird beschwert. Let's go. Let's go. Let's go. Wir haben aber so... Es ist... Es ist Slender Steve. Es ist langer Lulatsch. Slender Steve. Ja, langer Lulatsch hier, O'Brien. Oh. Hast du ihn gewonnen, Schottet? Nein, ich glaube nicht. Nee, er ist unsichtbar geworden. Da ist er. Ah, hinter mir. Ich bin gehittert. Nach jedem Hit wird er unsichtbar und kriegt Speed. Aua. Ah ja, das war seine passive Fähigkeit. Die killt immer den, der ihm am nächsten steht. Scheiße. Aber wir haben ihn erfolgreich... Warte, wir haben ihn gekillt? Ja, du müsstest einen Helm haben. Ich hab seinen Kopf hier. Zack. Dieser Kopf wird gedroppt von ihm. Und der hat jetzt auch die... Jetzt hab ich quasi die passive Fähigkeit, die auch der Boss hatte. Ähm, hau mich mal. Siehst du, jetzt bin ich unsichtbar und hab Speed. Okay. Wie der Boss hat gerade, ne? Ich lauf weg. Ja. Leute, das waren die verrückten Items in Minecraft. Checkt gern den Ersteller Mr. Mackystein ab. Link dazu in der Videobeschreibung. War sehr, sehr cool gemacht. Abonniert den Kanal und liked auch das Video. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao. Ciao.